Wiederaufnahmekraft drängen, so. Willkommen im neuen CWBW Video auf dem Kanal von Vemmys. Spitzhacki! Danke für die Anfaß! Nein, aber Vemmys... Vemmys... So nenn dich mal so oder so. Ach du Kacke. Stellwo. Ich find mein Name eigentlich ganz schön. Snack. Das ist jetzt richtig geil. Das ist Snack. T-Tel, bitte gewinnen. Was, 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 was? Platz 1 gegen Platz 2. Ja, Vemmys, dann mach du mal Bogen. Ja, mach mal bitte. Ja, dann müssen wir first machen. Was? Data Corrupted? Ja, muss trotzdem wir first machen von euch. Ja, Vemmys, dann mach first. Jungs, ich wirst dich. Wenn ihr vierter nicht, ist sie. Nein. Wenn ihr vierter macht und ich vierter, dann... Sack, oder? And I wanna feel something. But all I feel is pain. I wanna... Weiß ich nicht, ich glaub gar nicht irgendwie. Ja, da haben wir wohl kein vierten Anox, ne? Ja, da muss ich momentan schon beenden. Der müsste jetzt auf mich warten können. Ja, hätte ich echt. Ja, aber soll ich wohl jetzt nicht wissen, dass Spant dann gleich wieder den... richtig guten Klein programmiert hat. Das ist halt so dumm, wir sind nur so drückt. Ey, Digger, wirklich, was ist das denn? Wir sind zu zweit. Wir sind zu zweit. Nein, unsere, unsere, was macht man hier? 189, 189. Ich muss runter, weil sonst kann Sören nicht. Ich hab dir alles gedroppt, weil wir müssen. Ich hab dir alles gedroppt, weil wir müssen. Dein Picker liegt da, ne? Wir brauchen ein Bett ein, aber... Sören, ich muss auch erst noch Bett ein brauchen. Sören, ich muss auch erst noch Bett ein brauchen. Was? Das ist schön. Ey, ich komm gleich ohne Bett jetzt hier und dann einfach. Nein, geht nicht. Wer ist von dem Zweck? Jetzt kommt ein Dammit's Badge, der wird. Ey, was ist das für ein dreckiger Schein? Ey, die Dammit's MlG! Ey, die Dammit's nicht vom Blöcke. Ja, aber Nanak, die packen eh kein MlG von, darum, ich schwöre es dir. Ey, ich schwöre, wenn wir jetzt nicht das Bett geholt, das wäre wieder so... Ich wäre... Es ist immer noch, aber... Ja, vor allen Dingen, weil... Gobble, Digga, ihr habt noch... Einer down das macht, ey. Einer down das macht, ey. Ja, ich komm wieder nicht auf Gobble, ich komm gleich safe. Wieso, wir haben das? Oh nie, ich spiel ja 3 gegen 3 ohne dich. Also, es läuft besser als mit ihm, ne? Irgendwie schon. Es läuft besser als ich nie. Es läuft besser als ich nie. Boah, Nanak, du wirst nicht. Wir gewinnen einfach alles. Plötzlich kommt so ein Nanak, plötzlich verliert Janak. Voll wertvoll. Ihr habt aber davor auch nur gegen Rannos gespielt, und wo ich gespielt habe. Ne, glaub ich nicht. Natürlich. Gegen Snack, Alter. Wir spielen gegen Raulis. Die deutschen Raulis, also du sagst gegen Rannos. Dann sagen wir, das wird Nanak´s erster Wunsch, ich finde es. Nein, warte mal. Warte mal jetzt ganz kurz. Ich guck mal jetzt mal an, gegen wen ihr als erster gespielt habt. Die ersten 3 CWs oder sonst. Also, wir haben mit dir auch gegen Rannos verloren. So ist es ja nicht. Nein, nein. Gegen Snack. Oh nice. Ihr habt gegen Kryklins gewonnen. Gegen Chefs. Gegen Snack. Kryptical war voll gut, right? Nice. Ja, Kryptical, wow. Das waren die einzigen, einzigen, die Rannos waren. Kryptical Snack. Ja, das waren die einzigen, die Rannos waren. Und ich mein, die Rannos sagt ja schon was aus. Und danach haben wir ESL gespielt, Weltmacht, Luma Army. Ich hab keine Blöcke mehr. Und danach habt ihr wieder gegen zwei, äh, random Clans verloren. Ah, ich suche es halt mir jetzt mal zu machen, die da bei uns. Alter, Junge. BAC. Alter, hier, Junge. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin auf der Show. Kannst du mir Blöcke schon? Ja. Ja. Spaß, das war ein Blöcke schon. Herunterfahren. Und dann bitte warte, während das Badline AC herunterfährt. Nee, was? Ich hab immer rufen ohne dich fest. Ich muss mich jetzt umbringen. Ich muss mich kurz um. Ich mach mich kurz um. Und dann dieses, dieses Banner von Badline. Loslegen und spielen. Ausrufezeichen. Loslegen und spielen, aber nichts kann ich spielen. Ich drück auf Starten. Ja komm. Dann komm mal die Boomnetzer, was passiert. Junge Rieke, du bist eh scheiße. Aber der hat eine Roadtapack. Ah, der Kern behindert man, ohne Witz. Daumenbogen. Hurensohn. Daumenbogen. Hurensohn. Ey, so eine Roadtapack. Die campen das noch aus, ne? Die campen das noch aus, ne? Kannst du besser machen? Kannst du besser machen? Ey, ich hab Eisenschat. Aber die haben... Oh mein Gott, die haben... Ja, ja, deswegen. Das meine ich nicht. Ich baue mal eine erste Schicht, ne? Hab einen runter. Der ist Boys. Ist da unten. Nils? Was? Ach, man. Ich spiel keinen mehr. Ich krieg komplett zuviel. Ich schreib gleich noch ein. Wie lange darf man eigentlich wieder retunnen? Oder bis 5? 5? 5 oder so. Man darf innerhalb von 5? Na, warum muss eigentlich nicht? Ja. Hahahaha. Hahahaha. Der hat ein paar Shots dran. Boah, Junge. Alter, komm, ne? Multiplayer. Wenn du das jetzt nicht lädt, ne? Dann weißt ich ganz genau, woran es liegt. Na okay, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich bin gebannt, glaub ich, vom BRC. Auf einmal mit nem CW. Bam. Gebannt. Bam. Mit nem CW. Bam. Das kannst du als Titel nehmen. Savage gebannt, vom BRC in mir. Fragezeichen, ausrufen Zeichen. Der W ohne ihn besser zu laufen. Hacker bringt dem Clan nichts? Oh, er ist tot. Hacker gebannt live? Nein, 3-4. Waren es. 3-4 und Hacker gebannt live. Doppeltitel, Waren es. Waren es. Waren es. Oh, wenn er gebannt wird. Wir müssen einfach nur durch die dumme Stadt-Bandes durch. Der letzte. Er hockt von diesem Launcher drück die Bande. Bis zum nächsten Mal.